Ich begrüße Sie heute aus dem BMW Motorradwerk in Berlin. Mein Name ist Thorsten Löhner. Ich bin der Teamleiter für den Vertrieb von Behörden und Sonderfahrzeugen bei BMW Motorrad. Und ich präsentiere Ihnen heute die neue R1250 RT in Behördenversion. Wie Sie am Erscheinungsbild des Fahrzeugs erkennen können, haben wir eine neue Frontverkleidung. Dadurch wirkt das Fahrzeug wesentlich dynamischer. Auch die Anbindung des Windschilds ist neu. Dadurch entstehen weniger Turbulenzen, was zu einer spürbaren Entlastung des Fahrers führt. Insbesondere im Helm- und im Brustbereich. Der Voll-LED-Scheinwerfer ist Serie. Optional wählbar ist das adaptive Kurvenlicht. Aber kommen wir nun zum absoluten Highlight der neuen R1250 RT. Das ist das neue 10,25 Zoll große Fahrt-TFT-Display mit Connectivity. Und wenn Sie das Display zum allerersten Mal sehen, werden Sie feststellen, die Größe und die Ablesbarkeit der einzelnen Informationen ist absolut beeindruckend. Standardmäßig integriert ist nun eine Kartennavigation in Verbindung mit Ihrem Smartphone und der BMW Motorrad Connected. Stichwort Smartphone. Auch hier eine Neuerung. Wir haben nun ein separates Staufach, wodurch Sie die Möglichkeit haben, Ihr Smartphone kabellos über Induktion oder über eine USB-Ladebuchse zu laden. Standardmäßig an der neuen RT ist jetzt ABS Pro mit Kurven-ABS und Dynamic Cruise Control. Hier haben wir eine Geschwindigkeitsregelung in Verbindung mit einer Bremsfunktion, wodurch es möglich ist, die Geschwindigkeit konstant zu halten, auch bei einer Bergabfahrung. Optional wählbar ist Active Cruise Control. Hier haben wir die Geschwindigkeitsregelung in Verbindung jetzt mit einem Radarsensor und einem vorab definierten Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug. Verringert sich der Abstand, wird die Geschwindigkeit automatisch angepasst. Neu ist auch der Eco-Modus. Mit diesem Eco-Modus haben Sie nun die Möglichkeit, die Reichweite pro Tankfüllung um bis zu 10% zu erhöhen. Und selbstverständlich erfüllt die neue R1250 RT auch die Abgasnorm Euro 5. Im Vergleich zu anderen Motorradherstellern haben wir bei BMW Motorrad eine separate Entwicklungsabteilung nur für diese Komponenten, die wir auch teilweise in Verbindung mit den Behörden entwickeln. Und, wie Sie hinter mir sehen, ein separates Produktionsband hier in unserem Werk in Berlin. Wir haben die LED-Blitzkenleuchten vorne und hinten in den Farben blau, rot oder kombinierbar. Wir haben die Sturzbügel vorne, links und rechts mit der Aufnahme der Lautsprecher für die Sirene- oder die Tonsignalanlage. Wir haben den Einzelsitz mit Funkgerätekasten, wahlweise erhältlich in einer hohen oder einer niedrigen Version. Die Behördenkoffer in Fahrzeugfarbe links und rechts. Und die dazugehörigen Sturzbügel. Wir haben hier vorne den bereits bekannten Anhaltesignalgeber. Dieser Anhaltesignalgeber vorne und hinten ist jetzt verfügbar in 10 verschiedenen Sprachen, frei wählbar und eine Vielzahl von Textbausteinen, wie zum Beispiel Stoppolizei, Rechtsrang, Rettungsgasse. Davon können im vorderen Anhaltesignalgeber zwei Textbausteine, im hinteren Anhaltesignalgeber vier Textbausteine programmiert werden. Gesteuert werden all diese Elemente durch unsere Zusatzschalter integriert an der Lenkereinheit und neu hierbei ist, diese Lenkerschalter sind zukünftig beleuchtet, was zu mehr Fahrkomfort gerade bei Nachtfahrten beiträgt. Die Sicherheit und Sichtbarkeit des Behördenmotorrades steht im Vordergrund. Daher haben wir spezielle LED-Sputnik-Leuchten entwickelt, die das Fahrzeug noch sicherer machen. Im vorderen Bereich sind sie in der Seitenverkleidung verbaut, im hinteren Bereich neben dem Funkgerätekasten und dahinter zur Abstrahlung nach hinten. Und zum Schluss noch eine Sonderausstattung, die Sie vielleicht schon kennen, aber sehr, sehr wichtig ist. Wir nennen es die sogenannte Umfeldbeleuchtung. Diese Beleuchtung trägt erheblich zur Sicherheit des Fahrers bei, insbesondere bei der Absicherung von Gefahrensituationen bei Nacht. Wenn der Fahrer dann seine Fahrt fortsetzt und er würde vergessen, diese Umfeldbeleuchtung zu deaktivieren, ist das kein Problem. In dem Moment, wenn er die Fahrt startet, gibt es ein Signal vom Fahrzeug, dass eine Rotationsbewegung am Hinterrad anliegt und die Umfeldbeleuchtung erlischt. Ja, und zum Schluss bleibt mir nur noch eines. Überzeugen Sie sich selbst von der Einzigartigkeit dieses Motorrads. Starten Sie den Motor und spüren Sie den Herzschlag der neuen R1250 RT in Behördenversion. Starten Sie den Motor und spüren Sie den Motor und spüren Sie den Motor.